Yoga Dandasana ist der Yogastab, der Yogastock. Du nutzt den Fuß, um den Energiefluss in den Nasenlöchern zu öffnen oder auch zu ändern. Raffaella zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Langsitz. Von hier ausgehend beuge das rechte Knie und gib das Knie nach außen. Du kannst dabei entweder das Knie so stark beugen, wie es Raffaella zeigt, oder das Knie nur 90 Grad beugen. Dann beuge das linke Knie und gib den linken Knie Richtung Boden und gib den Fuß unter die Achselhöhle. Unter der Achselhöhle sind wichtige Akupunkturpunkte, die in Verbindung stehen zu Ida bzw. Pingala. Dann gib den Arm um das Schienbein und den anderen Arm um den Rücken, verhake sie und schaue nach rechts. Diese Yoga Dandasana-Stellung hilft jetzt das rechte Nasenloch zu öffnen, weil jetzt eben der Fuß unter der linken Achselhöhle ist, kann sich das rechte Nasenloch öffnen. Weil du aber gleichzeitig nach rechts schaust, öffnet sich auch das linke Nasenloch parallel. Und so hilft diese Stellung, die Nasenlöcher zu öffnen. Wenn du beide Seiten gemacht hast, bist du anschließend sehr gut vorbereitet auf die Wechselatmung Anuloma Viloma. Yoga Dandasana hilft also, die Nasenlöcher zu öffnen, um besser atmen zu können. Für die Wechselatmung und für Kapalabhati wirkt sogar heilend bei einer beginnenden Erkältung. Probiere es aus und schreib es in die Kommentare, wie es bei dir gewirkt hat.